Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight zusammen mit der Kartoschka Kartoffel und mit dem Dome, dem Homo. Genau. Wer die Eichelkäse-Folge noch nicht gesehen hat, zieht's euch rein. Das ist doch Wahnsinn, ey. Ich kann gar nicht genug davon kriegen, das ist ja so ekelhaft. Ja, das glaub ich dir auch. Oh, ätzend. Einfach nur ätzend. Und wer es am geilsten findet, ist immer noch die Kartoschka. Richtig. Die zieht sie sich so richtig rein. Ja, uns fehlt im Moment der vierte Spieler, das heißt wir zocken mit einem Random. Weil irgendwie kommen heute alle auf die Idee, nichts zu tun. Also, der Random ist unser Opfer, den schick mal mal vor. Ja. Kennen wir ja schon. Wie der Nigger am Panzer. Stramm gebunden. First try. Aber wie lange ich kenne, bis jetzt heute? Ja, so lang. Bis du sagst, sie dürfen spielen Neustadt. Oh, Lampkin Lane. So, na, jetzt, okay. Was meinst du wieder Hammer? Michael bestimmt, gell. Oh, Mikael. Boah. Ich stehe hier schon. Mikael. Heute, ich werde den machen besser. Oh, Mikael. Ich leere mich heute nicht kriegen. Bist der Größte im Motorsport. Ich leere mich heute nicht kriegen. Bist du dir sicher? Ich glaube, der läuft schon die ganze Zeit hinter mir her. Nö. Ich habe Herzklopfen auf jeden Fall. Ey, geil. Dann ist es ja nicht mal der... ...Träpper. Oder? Welcher ist es denn? Hä, ich habe auch gerade... Hä, ich hatte ja auch gerade kurz Herzklopfen. Wo ist er jetzt? Ich habe auch Herzklopfen. Es ist... Es ist der Träpper. Hier liegen eine Falle. Bei mir leckt es ohne Ende schon. Ja, ah, what the fuck. Das ist bestimmt schon wieder so ein Hardcore-Träpper, der genau weiß, wo... What the? Wo er die Fallen hinlegen muss. Oh, wenn ich sagte eben noch, ich nix killere mich kriegen, ich, äh... Verkackt. Ich habe einen Spaß gemacht. Oh. Alter, ich höre mir wie über die ganze Map schreien. Ja, total froh, mir verrechtzelt, Alter. Das ist neu von Update. Du hören Schreie an Dauer. Und bei mir das leckt es ganz arg, deswegen ich nix konnte weglaufen. Alter, was? Ja, es leckt es. Ja, bei mir leckt es auch. Und zwar mächtig. So, die Kartoffel hängt an der anderen Seite der Map, ey, bei mir. Der stehen bei mir. Ja, der wird eine Falle stellen. Der wird noch eine Falle stellen. Der hat gerade eine Falle gestellt. Und ich bin am Keller, ich bin so ein Vollidiot. Und er kommt natürlich sofort. Zu mir. Ich schon kriegen Hilfe. Okay, dann kann ich nix kommen. Aber er könnte sein schwierig, weil Killer kommen zurück. Ich find keinen Generator. Da ist ja einer. Er sei ein Camper. Ernsthaft? Oh, super. Da war wieder ein nice Camper-Round. Gut, runtergekommen und abgeschlachtet. So, haben wir das gerne. Ja, der ist voll durchgeleckt, Alter. Ja, der ist leck, wenn ich auch nicht bin. Was ist denn der andere? Ich sehe, was du ist. Ach, da hinten. Na gut, dann kann ich mal helfen, ne? Tu mal Recover an Kartoffeln. Mach ich. Ach, er sieht nicht. Na geil. Wir haben jetzt schon wieder so eine üble Range, ey. Oh, was? Alter. So ein Pisser. Jetzt häng ich gleich und bin wahrscheinlich auch dann gleich abgekämt. Oh, du seien so gültig. Ich komm in den Keller. Ich komm natürlich in den Keller. Ja, freilich. Ja, freilich. Hey, Alter, bist du jetzt gerade schon wieder abgehauen, oder was? Was? Ich bin da häng am Haken, gibt es ein Gefühl. Ja, ich meine Sie. Dich halte ich nochmal. Was? Ich wusste nicht, dass du sein Verletzter. Du kommst zurück. Ja, du kannst meine Eierkaule in. Ich kann auch selber. Ist das Seien da? Ja, du mach ein Bimbo. Ich dich auch hören, in welchen Busch du stecken. Ja, ich bist du kommen, ich helfe dich auch. Ah, in den Busch. Ich dich hab'n. Ja, nicht die Busch. Der andere Fritz ist bei mir. Und der Killer ist bei uns. Ja, und jetzt ist er in die Falle gedacht. Sehr gut. Du warst das Luftversuch. Ich lauf' den Keller hinterher. Ja, weil der andere in die Falle gegangen ist. Der hängt jetzt auch gleich am Haken im Keller. Toll. Du meinst, ich kann runterkommen, dich retten? Ne, der kommt jetzt gleich wieder runter mit dem anderen. Keine Chance. Wir sind am Sack. Jetzt hängt der Nächste. Was macht er jetzt? Er stellt wieder eine Falle auf. Genau unten an der Kellertrette. Ja, aber... Hm, toll. Ja, da stellt noch eine Falle auf. Jo. Ja, wo ist der denn? Ach da. Bitte, bitte. Trauriges Spiel. Oh, Mika, ey. Haben die irgendwas an den Killern verändert oder sowas? Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss wissen. Ich glaube, er weiß sowieso nichts. Das ist doch so. Ich bin der Wichser, Alter. Da rapen ganze viele. Die alle da hocken. Ja, ich würde abhauen, wenn ich du wärst. Ich würde drauf scheißen auf den. Dann schaffst du eh nicht mehr. Ja. Yes. Boah, Alter, wie du grad knallert gegen den Haken. Boah, was war denn das jetzt, Alter? Hart. Hey, ich sag's dir, Killer, die so lecken, das ist ja so hardcore Scheiße. Einfach mal. Ja, das würde dich nicht sehen, weißt du. Haha, ich bin voll an der Tür vorbeigelegt, oder? Das würde nur sein, weil ich saß im Busch und dann mit Lecken ich saß im Feld. Was? Irgendwer hat sie im Feld geleckt. Der Buschlecker. Ja, von Feld. Ja. Der Feldbuschlecker. Ich glaube auch. Ach, du bist auch schon im Arsch, ihr seid sehr lustig, Alter. Der hat dich gesehen. Meinst? Ja, er hat dich schon angegriffen. Wir zerlecken den Busch. Ja, jetzt Domeleck den Zaun. Latte. Domeleck die Latte vom Zaun. Ja, verstehe. Ich pisse mich jetzt aus. Ja, deine Hose schaut eh schon so feucht aus. Du hast dich echt angepisst, glaube ich. Ich bin voll. Und wenn ich jetzt hier wieder Rang 3 war, ist dann der Scheiß. Natürlich wieder ein Rang 1er Killer. Ich glaube, es gibt nichts anderes mehr. Kann es sein. Ist ja mal wieder gay. Und ich habe so wenig Punkte bekommen. Ja, hart. Ja, hart. Aber zurück bin ich immer noch in Rang 15. Yay. Du bist ja nicht wieder Pro. Wir haben mal 1.400 Punkten. Okay, alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Abo, Like und Kommentar. Wäre super. Würde uns wahnsinnig freuen. Also macht es gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.